Kaum hatte man das Gefühl, es wäre Ruhe eingekehrt, überrascht uns der FCK immer wieder aufs Neue. Der Verein steht zum wiederholten Mal vor einem hausgemachten Scherbenhaufen. Am Sonntag wurde noch der direkte Aufstieg verpasst und zwei Tage später werden Marco Antwerpen und Co-Trainer Frank Dörber freigestellt. Zudem trat gestern Abend noch Aufsichts- und Beirat Fritz Fuchs von seinen Ämtern zurück. Und das nicht mal zwei Wochen vor den wichtigsten Spielen seit vielen Jahren. Mit Dirk Schuster, der zuletzt vor einem Jahr Cheftrainer von Erzgebirge Aue und mit dem SV Darmstadt von der 3. bis in die 1. Bundesliga durchmarschiert war, wurde bereits ein Nachfolger gefunden. Demnach reifte die Überlegung Antwerpen zu ersetzen schon lange in den Köpfen der Verantwortlichen. Obwohl die Amtszeit von Antwerpen überaus erfolgreich war, kamen zuletzt mehrere Gerüchte auf, beispielsweise dass er bereits einen Vertrag bei Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 unterschrieben hätte. Antwerpen dementierte die Vorwürfe und Sport 1 und Sky stuften die Vermutung als haltlos ein. Zwar kann man ein Engagement bei den Königsblauen noch nicht zu 100% ausschließen, dennoch gilt es als eher unwahrscheinlich, zumal sich sein noch laufender Vertrag im Falle eines Aufstiegs in der Relegation automatisch verlängern würde. Bevor man ausgehen kann, ist, dass das Verhältnis von Geschäftsführer Thomas Heng und Marco Antwerpen mehr als angeschlagen sein muss. In einem Interview nennt Antwerpen nicht den Namen von Heng, sondern spricht über diese Person, was nach keinem persönlichen Abschied klingt. Auch Hengen fand nach der Niederlage gegen Viktoria Köln harte Worte in Richtung der Mannschaft und auch Marco Antwerpen. Gerüchten zufolge soll sein vermeintliches Agreement mit Schalke zur Eskalation geführt haben. Auch über die menschliche Seite Antwerpens wird spekuliert. Es sei als Person untragbar und genieße keine Rückendeckung in der Mannschaft. Spieler René Klingenburg sprach sich für seinen Ex-Coach aus und nannte ihn das Herz der Mannschaft. Auch wenn ich den Schritt der Trainerentlassung mehr als bedauere, musst du schnell wie möglich wieder Ruhe in den Verein einkehren, um die Mannschaft optimal auf die anstehenden Relegationspartien gegen die SG Dynamo Dresden vorzubereiten. Denn auch wenn viele Antwerpen mochten oder mögen, es geht nicht nur eine einzelne Person, sondern um unseren geliebten Verein. Deswegen müssen wir zusammenstehen und in knapp zwei Wochen die Mannschaft und auch Dirk Schuster zum Sieg peitschen. Ansonsten geht das Chaos nach der Relegation von vorne los. Laut der Betzebrenn findet heute um 17.30 Uhr eine Pressekonferenz auf dem Betzenberg statt. Mal schauen, ob und wie sich Thomas Hengen zu den Vorkommnissen äußern wird.